Arbeits- und Wirtschaftsminister Kocher hat am Donnerstag den Bericht der Kommission zur Prüfung der Preise von Treibstoffen und Heizöl präsentiert. Die Preiskommission sieht, dass sich die beobachtenden Entwicklungen in einer Gesamtbetrachtung angesichts der unterschiedlichen Faktoren bei Angebot und Nachfrage, sowie im Hinblick auf die Versorgungssicherheit keine Rückschlüsse zulassen, die auf Preisverläufe hinweisen, die in irgendeiner Weise als laut Gesetz ungewöhnlich darzustellen sind. Das ist eine Schlussfolgerung, die mit überwiegender Mehrheit getroffen wurde. Es gibt eine abweichende Meinung, eine sogenannte Descenting Opinion von der Bundesarbeitskammer, die den Antrag gestellt hat. Auch diese Descenting Opinion wird veröffentlicht im Bericht, damit es möglichst große Transparenz gibt. Die Betonung liege dabei darauf, dass die Preiserhöhungen laut Preisgesetz nicht ungewöhnlich seien. Dennoch habe es zum Beispiel eine europaweite Erhöhung der Gewinnmargen bei Raffinerien gegeben. Klar ist auch, dass einige der derzeit an die Wettbewerbsbehörden herangetragenen Themenstellungen natürlich nicht klassische Verstöße gegen das Kartellrecht betrifft, wie Preiskartelle, sondern oftmals werden auch marktstrukturelle Probleme an uns herangetragen. Wir können diese aufzeigen, aber wir haben jetzt nicht Instrumente, um unmittelbar Abhilfe zu schaffen. Da ist es natürlich eine politische Entscheidung, ob man Instrumente der Wettbewerbsbehörden erweitert oder wie man diese ausgestaltet. International ist ausgehend von dem Thema der Plattformmärkte durchaus ein Trend in diese Richtung erkennbar. Angesprochen auf die Kritik von VIVO-Direktor Gabriel Felbermayr eine Wohnkostenbeihilfe. Anstatt einer Mietpreisbremse treibe die Inflation weiter in die Höhe, entgegnete Kocher. Aus der Sicht des Ministers sei der nun gewählte Weg der Sozialtreffsichere.